Ja, moin liebe Borussen, super, dass ihr auf dem Freitag wieder dabei seid. Heute eine ganz besondere Location, gerade aus Berlin im H4-Hotel am Borussia-Park angekommen. Ich muss sagen, sehr, sehr schön geworden. Also ich bin hier in einem Zimmer, hinter mir der Trainingsplatz, leider trainiert der FC St. Pauli. Ich werde noch ein paar Instagram-Stories machen, also wenn ihr mir folgen wollt, Jan-Darbusch94, da seht ihr ein paar Impressionen aus dem Hotel, ein bisschen vom Trainingsplatz hier. Und ja, sehr, sehr schön geworden, also kann ich nur mal ein größtes Kompliment aussprechen. Und ich freue mich riesig auf das Spielmorgen, aber deswegen sind wir nicht hier. Einiges los, auch bei unserem Borussia, das muss man schon so sagen. Newstechnisch, ob wirklich dann was passiert, weiß man nicht. Aber wir machen heute nochmal ein großes Update, so kurz vor dem Wochenende. Morgen wird es dann keine Folge geben, weil ich im Stadion bin und Sonntag dann wieder. Lass dir immer gerne ein Abo und einen Daumen da, damit unterstützt ihr mich am meisten. Ich kann mich nur wiederholen, das ist einfach das Wichtigste, was ihr machen könnt, damit wir den Kanal hier einfach weiterentwickeln können und auch ganz, ganz viele tolle Sachen auch gemeinsam erleben. Und das war's. Wie gesagt, Abo, Daumen da lassen und jetzt starten wir rein. Wie alle wissen, wahrscheinlich Bellio geht zu Augsburg. Der Ablöse ist da gar nicht so klar. Man spricht von drei Millionen, manche sagen fünf bis sechs Millionen. Und ich glaube einfach im Endeffekt, dass Farke, glaube ich, auch nicht überzeugt war von dem Spieler. Und eventuell auch einfach das Geld noch nicht da war, weil wir nichts verkauft haben. Ist schade, ich hätte so einen Typen gerne gesehen bei Borussia Mönchengladbach. Aber wir kommen gleich noch zu Typen. Wie gesagt, das Ding ist durch, das können wir nicht mehr ändern. Damit müssen wir leben. Und wie auch Fabrizio Romano berichtet, sind die Gespräche von Thuram weit fortgeschritten mit Chelsea. Chelsea hat auch Joao Felix gekauft, beziehungsweise geliehen, der aber direkt im ersten Spiel rot runtergeflogen ist. Und Chelsea hat wohl keine Geduld mehr. Und ja, wollen Thuram. Ich glaube, da müssen Minimum 15 Millionen plus auf den Tisch gelegt werden. Und ich glaube, so hart wie es ist, ich glaube, bei jedem Spieler wird es eine Schmerzgrenze geben. Auch bei Thuram. Und er scheint auch wohl nicht abgelehnt zu sein, weil Chelsea wohl ein gutes Angebot gemacht hat. Finanziell wahrscheinlich. Und ja, also ich glaube, ab 15 Millionen plus wird man auch hier in Gladbach anfangen zu überlegen. Und meine ehemaligen Kollegen von OneFootball, die Jungs von Kalschew Berlin, haben dazu auch ein sehr gutes Video rausgebracht. Könnt ihr nachher mal reingucken. Aber der heiß gehandelste Spieler ist aktuell Cade Correll. Ich habe mich jetzt mal intensiver mit dem Jungen beschäftigt. Wenn ihr euch den anguckt, der hat einen Marktwert von 5 Millionen, spielt in San Jose in der MLS. Nicht die stärkste Liga, aber der Typ ist eine Kante, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe mir den angeguckt. Ultra schnell ist eigentlich ein Linksaußen, aber ein Brocken. Also den würde ich noch lieber, also ich will jetzt nicht sagen, noch lieber als Bellio, weil er ist ein anderer Spielertyp. Aber das ist eine Kante. Also so ein richtiger, also von der Art Shaqiri nur noch ein bisschen größer. Den würde ich gerne sehen bei Borussia. Also das wäre mal wieder ein richtiger Typ. Ist halt ein Außenspieler, macht regelmäßig Tore, regelmäßig Vorlagen. Guckt ihn euch mal auf YouTube an. Beste, keine Ahnung, best auf Cade Correll. Absoluter Macher. Also ich finde ihn überragend. Auch von seiner Frisur allein wird er gut von nach Borussia passen. Ich finde den Typ, er ist einfach ein richtig geiler Typ. Ich kann euch nur empfehlen, den mal anzugucken. Und der wird aktuell am heißesten gehandelt. In den Medien, beziehungsweise nicht in den Medien, aber in der Transfermarkt-Gerüchteküche von transfermarkt.de. Ist der jetzt wieder aufgeblockt. Und die Jungs von Calcio Berlin haben auch ein paar Spieler rausgesucht, auf die ich mal eingehen würde. Den habe ich auch schon mal genannt in der Folge. Pavlidis vom AZ Alkmaar. Ich glaube, der würde uns sofort helfen. Erfahrener Spieler mit, wie alt ist der? Der ist noch nicht so alt, 24, aber macht regelmäßig seine, sage ich mal, 10, 15 Tore in der niederländischen Liga. Wäre dann eine Alternative für vorne drin, der wahrscheinlich sofort helfen könnte. Und den zusammen mit Kate Cobell würde ich sofort nehmen, wenn das machbar wäre. Zudem hat Calcio Berlin Lucas Alario reingebracht. Der würde uns wahrscheinlich auch sofort helfen, aber da bin ich kein Freund von. Nicht, weil er Ex-Leverkusen ist, aber ist auch schon 30. Du müsstest wahrscheinlich eine Ablöse von 5, 6 Millionen bezahlen. Und die wirst du wahrscheinlich nicht mehr wiederbekommen. Und ich kann es nur noch mal betonen. Roland Wirkus ist ja hier irgendwo um die Ecke. Also wenn er die Folge sieht oder ich treffe ihn gleich, dann sage ich ihm, leg alles daran, Dennis Geiger zu Borussia zu holen. Wenn du den ablösefrei bekommst, klar, du musst ihm wahrscheinlich auch 5, 6 Millionen Handgeld geben. Aber wenn du den ablösefrei bekommst, hast du direkt den Marktwert wieder drin. Also der ist 24, der Junge, deutscher U21-Nationalspieler, kann alles. Und zusammen mit dem Weigl, Neuhaus, Kramer, Kone, hättest du da so ein überragendes Mittelfeld. Auch wenn Kone gehen sollte, hättest du fast, also ich würde nicht sagen ein 1-zu-1-Ersatz. Aber einen sehr, sehr guten Ersatz für relativ wenig Ablöse dann. Also keine Ablöse, sondern Handgeld. Müsste es ihm wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld geben. Aber das wäre mein absoluter Wunschtransfer. Auch wenn es jetzt nicht im Sturm ist. Aber wenn man den Jungen bekommen kann, dann bitte. Dann bitte. Schreibt gerne mal eure Meinung zu den 4 Spielern, die ich jetzt aufgelistet habe, in die Kommentare. Also guckt euch nochmal meine Empfehlung. Kate Covella, 19 Jahre der Junge, aber ein Tier. Also mit 19 Jahren sah ich nicht so aus. Sehe ich heute noch nicht. Aber Wahnsinn, der Typ, wirklich. Und es gibt auch Abgangsgerüchte. Also Leiner wissen wir ja, dass er in der Hinrunde nicht viel gespielt hat. Und Skellien sozusagen den Rang abgelaufen hat. Und ich glaube auch Farke steht auf spielerisch starke Spieler. Das ist Leiner einfach nicht. Und der FC Turin ist wohl interessiert. Aufgrund, dass sich ein Ex-Kladbacher, Lazaro, schwerer verletzt hat. An der Stelle auch gute Besserung an den Kollegen. Ja, und Stevie Leiner könnte Gladbach wohl im Winter verlassen. Ich glaube allerdings, Leiner verdient ein hohes Gehalt. Ich glaube maximal, dass es eine Laie wird. Oder halt eine Laie mit Kaufoptionen etc. Aber ich glaube nicht, dass Turin da ein paar Millionen für zahlen wird. Also es wäre traurig, wenn Leiner geht. Aber ich glaube, jetzt klingelt es hier. Ich glaube, das wäre für alle das Beste. Weil ich wünsche dem Jungen einfach, dass er wieder Spiele macht. Und ja, zum FC Turin wäre wahrscheinlich spannend. Wird auf jeden Fall sehr interessant bis zum Ende der Transferphase. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, was ihr vom Leinerabgang halten würdet. Würdet ihr ihn verleihen zum FC Turin. Und wir kommen uns Kapitel nicht rum. Also an der Ablöse wird es wohl nicht scheitern im Sommerpoker. Gladbach müsste einfach eine Nachfolge finden laut FCB Insight. Obwohl ich die Quelle sehr, sehr kritisch sehe. Ich glaube aber, dass... Also ich würde mich mal festlegen, dass Sommer bleibt tatsächlich. Ich glaube, dass Sommer nächste Woche gegen Leverkusen im Tor steht. Und wir keinen Nachfolger kaufen. Erstmal für ihn. Und er Minimum bis Sommer bleibt. Und vielleicht braucht Bayern dann einfach keinen Keeper mehr im Sommer. Und dann verlängert er noch. Also ich gebe die Hoffnung auch vielleicht, dass er doch noch verlängert. Alles ist möglich. Auch im Winterabgang natürlich. Aber ja, wenn Omnin und Köhn nicht finanzierbar sind mit der Ablöse von Bayern. Oder man nicht auf Olschowski setzt. Dann muss Sommer halt bleiben. Ganz einfach. Damit machen wir das Thema zu. Einer, der auf jeden Fall bei Borussia bleiben will, ist einfach Jule Weigel. Also der sagt es auch öffentlich in den Medien, dass er gerne bei Gladbach bleiben würde. Dass Gladbach ihn gerne kaufen soll von Benfica Lissabon. Und ich glaube, mit Julian Weigel, Manu Cuné und Neuhaus hast du über Jahre eine ganz, ganz stabile Sechs. Du hast noch einen Chris Kramer, du hast noch einen Kapitän, Kapitano. Wo du einfach in der Zentralen überragend besetzt bist über die nächsten Jahre. Und wenn es irgendwie möglich ist, einen Weigels zu holen, sei vielleicht mit der Cuné-Ablöse, dann würde ich es sofort machen. Also wie der sich auch immer nach dem Tor freut, auf die Hymne abgeht. Das ist einfach der Wahnsinn. Und ich würde mich riesig freuen, wenn Weigel fester Bestandteil unseres Teams wird. Der brennt für Borussia. Und so Leute brauchst du einfach. So Leute brauchst du auch im Kader. Und Florian Neuhaus könnte eventuell wieder auf die Sechs rücken. Neben Weigel. Das hat er auch schon gegen Bielefeld teilweise gespielt. Im Testspiel. Wäre natürlich damit verbunden, dass entweder Cuné auf die Zehen rückt. Oder Kramer. Oder halt der Kapitano. Aber Cuné rauszunehmen, glaube ich nicht, dass das passieren wird. Wenn, dann Cuné auf die Zehen. Wie seht ihr das? Also schreibt gerne mal eure drei Spieler, also die zwei zentralen Mittelfeldspieler und den Zehner, rein. Wie ihr gegen Leverkusen in den zentralen Positionen spielen würdet. Da bin ich mal gespannt in den Kommentaren. Würdet ihr mit Neuhaus auf die Zehen gehen? Cuné und Weigel auf der Sechs? Oder eine andere Alternative? Schreibt es rein. Farke testet ihn auf jeden Fall wieder auf der Sechs. Und das kam heute rein. Oskar Fraulo. Wirkus hat gesagt, der Junge muss sich noch eingewöhnen. An das Niveau von der Bundesliga anpassen. Und da könnte eventuell noch eine Leier ins Haus stehen. Er hat noch keine Bundesliga-Minute, glaube ich, gemacht. Oder maximal einen Kurzeinsatz. Ja. Und für zwei Millionen. Der Junge muss halt Spielpraxis haben. Und ich fände eine Leier eigentlich ganz gut. Und vielleicht in die zweite Bundesliga, dass er sich da entwickeln kann. Wir haben bei Luis John Bayer gesehen, Burnley, wie hervorragend das funktionieren kann. Und wenn er da herausstechen kann, wäre ich offen für eine Laie. Definitiv. Und dass er dann gestärkt zurückkommt. Wer mir in den Testspielen auch sehr gut gefallen hat, ist Hannes Wolff. Und ich glaube auch, dass Hannes Wolff gegen Leverkusen, glaube ich, noch nicht in der Startelf stehen wird. Aber definitiv seine 10, 20 Minuten bekommen wird. Der hat mir sehr griffig gewirkt mit Benze Baini. Er hat in zwei Testspielen zusammen mit Benze Baini gespielt. Und das war sehr, sehr gut, was ich da gesehen habe. Er hat auch im Interview gesagt, dass er nicht aufgeben wird. Er wird weiter kämpfen. Und ich glaube an den Jungen. Er hat noch Vertrag bis 2024. Und wenn er durchstartet, warum nicht? Warum nicht? Ich würde es ihm nur gönnen. Und Farke vergleicht Nathan Ngumu mit Aubameyang. Aubameyang, wer sich noch daran erinnern kann, der kam auch am Anfang über rechts. Und ist dann in die Sturmspitze gegangen. Bei unseren Freunden aus Dortmund, in Anführungszeichen. Und Ngumu hat er jetzt in den Testspielen auch vorne drin gespielt. Er hat das sehr, sehr gut gemacht. Ja, und ich würde mich riesig freuen, wenn der Junge in der Rückrunde durchstartet. Vielleicht auch in der Doppelspitze mit Thuram, wenn Thuram nicht geht. Oder als Sturm eine Alternative. Also dann hätten wir quasi eine Alternative im Sturm wieder. Und auf rechts außen. Ich traue dem Jungen einiges zu. Schnell ist er sowieso. Das wissen wir alle. Daran hapert es nicht. Ich fand ihn auch im Abschluss sehr, sehr gut in den Testspielen. Auch von seiner Technik. Dabei erwarte ich mir tatsächlich einiges in der Rückrunde. Und ja, zum Abschluss nochmal, also wenn ihr dabei sein wollt, hier ist auch Florian Plettenberg, der nochmal alles zu Markus Thuram. Und Chelsea sagt, nee, im Discord, da wird sich fleißig ausgetauscht von Florian Plettenberg. Halte ich irgendwie nicht so viel. Gefühlt hat er die Fußballweisheit mit Händen gegessen immer. Ja, ich finde ihn ein bisschen fraglich mittlerweile. Aber das soll nicht mein Thema sein. Wie gesagt, im Discord, da könnt ihr euch über alles austauschen. Tickets, Bilder aus dem Stadion, Pressekonferenz, Spieltagstalk. Hier gibt es wirklich alles, wann ich ein neues Video hochlade. Da erfahrt ihr es als erstes. Und der Link ist unten drin zum Anmelden. Und wie sieht der FC St. Pauli aus? Trainieren gerade Ecken. Ja, aber das wird morgen nichts. Ich denke, wir werden den Testspiel-Sieg einfahren. Und jetzt wünsche ich euch ein super Wochenende. Macht's gut. Und wenn ihr mich ja morgen am Stadion seht, sprecht mich an. Ich freue mich immer. Und macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia. Die Raute ist, was hier zählt. Das Katschek voller Leidenschaft. Für den besten Verein der Welt. Wo ich schieße Borussia. Die Raute ist, was hier zählt.